packen alles ja stimmt doch so warte mal ach ne minen karau noch ja die man nicht decken kann dann kannst du die mitnehmen ich habe schon zwei einstecken ja dann macht drei daraus steine weg und hier gibt es noch schienen ach egal also ich muss schon wieder platz machen für lapis das kann ich aufnehmen ich habe noch genug platz können wir aber schaltung bauen aber richtig so quasi eine sechsgang schaltung genau ne gibt autos mit neuen schlankschaltung echt automatik wenn aber oder schienen und da war 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 da mercedes 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 bei mir spielen die grad ping pong apropos ping pong der sport schlechthin ja auf jeden fall also ich bin begeistert nicht hatte wieso habe ich was pumping ich habe also tischtennis habe ich gespielt aber nicht ping pong das ist dasselbe du willst mein ping pong geht anders andere spiel war art spiel war ja du musst du musst den ball der ball kommt anders auf halt besser bei den chinesen ja oder waren wir noch nicht richtig ha 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 aber hier ist auch nichts muss ich sagen ich bin erstaunt wie wir so viel aufnehmen können obwohl wir schon extrem voll sind ich bin in dir gewesen ganz schön viel ressourcen ich finde ja jetzt dass sie dass die spinnenweben so flattern im wind so ein bisschen zucken ist schon geil vor allem im wind hier unten ne im wind ist ja ist ja so das sind der gänge die die sind hält wenn ich kennst du das nicht kannst du das immer mit einem stein hier zu machen ich habe keine steine warte ich muss das mal kurz und disponieren dann müssen wir unbedingt kisten bauen für keller kisten na kisten für keller das ist eine wahre eisengrube kannst du nicht goldgrube sagen ja nicht wirklich wenn er ist abbaust ja jetzt müssen wir nach oben müssen wir nächsten gang finden siehst du sowas hier ja das lapis klack 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 ja ich sie fackeln also denke ich mal dass solche schon waren ja gut ist auch so ne vergisst das nicht ja aber nicht auf dem boden ja klasse ich fange weil natürlich wieder rein wir müssen nach oben nicht nach unten ja ja aber hier oben war ja sagt dass oder ist ja von da sind wir kommen ach ja ach guck mal hier mal ab ich muss erstmal kurz mit dem boden das ist sehr gefährlich ich habe gerade was gehört kann nämlich alles von oben kommen viel zeug jedenfalls mach mal zu da hinten ist eine schiene hast du steine wo soll ich zu machen da ist wasser ich habe hier null platz für steine oder irgendwas so und dann gibt es hier schienen ragout ich höre gezappel ach du heiland lapis wiedergefunden ne da haben wir nicht mehr erstmal so komm mal hier vorbei wenn du da fertig bist warte ach so viel dazu dass wir wieder hoch gehen ja ist schwierig ne sehr schwierig vor allem ich könnte auch eigentlich das wegschmeißen aber weißt du was wir noch nicht gefunden haben smaragde oder diamanten aber gold eisen naples redstone alles gefunden aber golds markt und ähnlich ist noch gar nicht komisch das ist wirklich sonderbar wie fleißig am schienen sammeln ach bist du nicht voll ich hatte noch eine möglichkeit was woa knochensäcke zwei stück fuck dann nochmal aber nicht wenn dir gerade alles kaputt ist alter das ist ja geil also hier unten wenn du zeit hast komm vorbei wo bist du hier unten wo ist denn hier unten hier geht ein lavastrom ja direkt in den großen lamateich komm mal her komm her du bist hier ich komm mal her ich bin auf dem weg ich habe keine dings mehr hast du noch eine hacke ne für mich aber warte mal so hier unten geht es weiter schwebende schienen ja ich habe auch gerade gewundert hier geht es ja überall weiter das gibt es doch nicht ja hier geht es weiter ähm du ich wäre dafür dass wir hier aufhören flugratten bitte flugratten äh flugratten ähm du ich wäre dafür dass wir hier jetzt wieder hoch gehen und ähm einfach später wieder kommen weil wir können unendlich weit hier reingehen und wir werden irgendwann wirklich so voll dass wir nichts mehr aufnehmen können denn wächst die gefahr dass wir alles verlieren richtig was wir auch so verlieren aber so meine ich jetzt komm wir gehen lieber hoch ja aber wo ja komm zurück du gehst jetzt ins uns gewisse wieder rein ins uns gewisse ins uns gewisse uns 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 gewisse gut ich folge dir mal unauffällig in der hoffnung dass du weißt wo es lang geht oh das sieht zu uns gewissen aus ne ist ja nur eine Sackgasse aber da ist Eisen was ist hier ist es hier ein Gatter war da was drinne oder ein Altar oder so ich weiß es nicht ein Opfer ein alter Opfer na warte mal ich wollte dir ja noch was zeigen und zwar und zwar wo kam ich von hier genau komm mit zack Yes hier umge ne erstmal hier Lapis wo bist du denn Lapis Redstone ich hab kein spitzhacke mehr ach so und ich bin voll ich hab dir gesagt hast du eine spitzhacke der eine die ich benutze ich verstehe so jetzt gehen wir hoch hier ist noch rotstein hier ist dunkel junge hier dicht ich muss erst mal hier dicht machen hier drüber ist genau ein see naja dann können wir ja bei gelegenheit dann mal hoch was so eine gute idee ist es wird die sich hier ist ende ich meine natürlich schade hier oben geht es zur schlucht ja aber ich wollte dir das hier zeigen hier hinten nur schnell auch bitte das ist ein lavasee da gibt es bestimmt diamanten nein komm bitte ich gehe jetzt bestimmt nicht in den lavasee mit so viel gepäck geh mal hoch und pack mal einen kreis voller steine damit ihr nicht hoch kann hochkant immer mal die licht kreis voller steine damit ich hochkant was hab ich mich erschrocken jetzt verpissig scheiße zwei herzen zwei herzen nur noch nicht bloß meine olle fackel in der hand verstehst du mach mal hier oben dann wasserdicht bei dir hatte okay wir sind schon mal einer schlucht im prinzip müssen wir uns einfach nach oben bauen ja aber in der schlucht waren wir nicht das ist es ja das ist eine undefinierte da hinten ist ein knochensack 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 ach ja ich übernehme ihn ach so dass das redstone ich in der hand habe moment damit wird es nicht gehen ich denke ich doch nicht zu junger wenn wir uns hier uns hoch bullen wir haben auch kein kompass aber wir haben redstone oder ja aber wir haben keine also ich habe die fünf reisen geben dreimal brauchst du bloß zweimal hast du noch das brauchen wir noch zwei aber auch vier stück hast ja rechts ich habe rechts recht recht ja du ich habe ich habe null stein um mich hoch zu bauen ehrlich gesagt ich kann die 64 jemann dann gibt mir das andere 64 mann irgendwie irgendein stack ich gebe dir was was du nicht vier kisten gerade hoch oder was wer uns schießt irgendeiner runter ja super da ist jetzt ende denkst du wir sollen das sollen uns kommen welche stufe wir sind gerade ähm f3 wir sind jetzt auf 38 oh na gut nein du bist gefallen ich habe es gewusst du darfst natürlich auch back benutzen ja ja bring mir eine spitzhacke mit ich bin schon da wie soll ich jetzt da wieder hoch man ey ich wusste dass sowas passiert wird wieso habe ich es gemacht sag mal bitte wenn ich kies gerade irgendwie überhaupt frei buddele warte warte so ich habe den kies weggenommen ich hoffe ich habe nichts vergessen hier unten jetzt wäre natürlich bitter bitter mandel kommst du jetzt auf mandel du meinst bitter schokolade oder bitter mandel das habe ich souverän gelöst guck mal ich habe mir ein kreuz gemacht ja super boah das sieht echt bitter aus hier weißt du bitter mandel na dann weiter geht's ab nach oben uah duster eigentlich gefährlich hier was wir da machen warte ich mache mir lieber platz damit ich zum not rumjumpen kann ich habe keine stinx mehr scheiße ich habe keinen ich kann nicht raus wie du kannst nicht raus du musst raus können nein ich meine ich habe keine spitzhacke mehr hast du hier noch ich habe auch bloß keine spitzhacke wie machst du dich wie gehst du hoch ganz normal buddeln das dauert zwei Jahre aber Wayne das kannst du nicht machen machst du Holz bei dir äh ja mach dir mal eine kiste eine kiste vor lauter panik weiß ich schon die wörter nicht mehr mach dir mal eine ja wo soll ich denn die darauf packen bei dir man das war eine halt stopp idee halt stopp die kriege ich währenddessen mache ich mal Knochenmehl so dann kann ich da dann muss ich das mal so machen scheiß drauf egal komm mach mach eine spitzhacke und buddel mich mal frei ich weiß ja nicht mal wo du bist gegenüber dir gegenüber mir sehr gut ist das mein Name nicht mach hin muss ja nicht aus Eisen sein ach da ist er ja da ist er ja so so